hey leute und willkommen zu einem neuen video von mir heute möchte ich euch mal den kanal von animal crossing auf der wii u zeigen ja und dann geht es auch schon los so dann kommen erst mal alle leute dann stehen da halt immer solche nachrichten wenn dir jetzt einem gefällt dann kannst du den anklicken so dann kannst du was über den kokong posten oder seine beiträge ansehen oder ihn als favorit markieren und mehr kann man halt eigentlich gar nicht machen warum kann ich jetzt halt hier schreiben ich mag ihn ja und mehr habe ich noch nicht herausgefunden was man hier machen kann gut das war es dann auch von meinem video und tschau